Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Ja, Winter, wo bist du? Ich oute mich auch mal hier als Winterfreund. Etwas mehr Schnee hätte es in diesem Jahr wirklich sein können. Und auch im vergangenen Jahr, Dezember, Januar, deutlich zu mild. Und ich glaube mal, die meisten von uns, die haben in diesem Winter noch nicht eine einzige Schneeflocke zu Gesicht bekommen. Ich glaube hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, da gab es auch noch keine Schneeflocke. Also ich kann mich nicht erinnern, in diesem Winter eine gesehen zu haben. Und die weiteren Aussichten für alle Winterfreunde bis in den März hinein, die schauen wir uns gleich mal an. Die sind wirklich alles andere als schön. Doch zunächst der Blick auf den aktuellen Luftmassenströmungsfilm. Und der zeigt, vom Atlantik kommt ein neues Hoch Richtung Europa gezogen. Und mit diesem Hoch, da kommt in der Höhe, in rund 1500 Metern Höhe, schon wieder sehr milde Luft bis nach Europa geströmt. Das warme Wetter, es geht also auch in den kommenden Tagen weiter. Aber immerhin, es bleibt mal etwas trockener. Ab dem kommenden Wochenende könnte es dann schon wieder sehr stürmisch werden, sehr nass werden. Und vielleicht droht sogar eine gefährliche Sturmwetterlage. Das müssen wir uns aber in den kommenden Tagen mal etwas genauer anschauen. Zunächst hier mal der Blick auf die Ensemble-Vorsage für den Norden Deutschlands bis zum 20. Februar. Und wir sehen, da ist mit Winterwetter einfach nichts zu wollen. Die Temperaturen anfangs um 5 Grad, nächste Woche noch milder mit der Westwetterlage, teilweise über 10 Grad. Und auch bis zum 20. Februar, da bleibt es mild, mild, mild. Berechnungen im Frostbereich gibt es quasi überhaupt keine für den Norden. Dafür aber immer wieder Ausschläge hier bei den Niederschlägen. Aber anfangs bleibt es auch hier zunächst mal in den kommenden Tagen trocken. Ein ähnliches Bild für den Süden Deutschlands. Auch hier zunächst ein bisschen kühler Temperaturen, knapp um 0 Grad. Aber auch dort gilt, es wird in den nächsten Tagen wieder deutlich milder. Das hier ist die Ensemble-Vorsage für den Süden Deutschlands auf einer Höhe von 544 Meter. Und wir sehen auch hier kein Winterwetter, kein Schneefall, keine Schneedecke. Und ab nächste Woche verstärkt auch wieder Niederschläge, die dann wirklich meist nur als Regen fallen werden. Ja, und wie geht es nach diesem Trauerspiel weiter? Insgesamt der Februar laut der NOA-Prognose weiterhin deutlich zu warm. Besonders nach Russland 5 Grad, die Abweichung vom langjährigen Klimamittel auch bei uns. 3 bis teilweise 4 Grad zu warm in diesem Monat. Aber das sind ja alles keine Neuigkeiten. Der US-Wetterdienst NOA hat diese Prognose bereits im August 2019 auf dem Programm gehabt. Es sollte ja ein sehr, sehr milder Winter werden. Und für alle, die nun auf einen März-Winter hoffen, da habe ich auch nicht wirklich eine große Hoffnung mitgebracht. Eher eine Enttäuschung. Hier die Prognose für den März und auch hier eine große positive Abweichung der Osten Europas. 4 Grad zu warm und auch bei uns in Deutschland, da könnte der März um 3 Grad zu warm ausfallen. Also die Chancen für einen März-Winter sind in diesem Jahr zumindest nach dieser ersten Abschätzung doch als sehr, sehr gering anzusehen. Natürlich nicht ausgeschlossen. Aber der Trend zeigt, das wird wohl eher eine Geschichte, die nicht eintreten wird. Gut, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz dieser betrüblichen Winteraussichten. Lasst doch gerne ein Gefällt mir da, ein Daumen nach oben und denkt dran, bitte abonniert auch unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.